so hi und hallo mal wieder wie ihr seht geht es mal heute mal wieder um fifa 365 und zwar um ein so genanntes multi pack 40 stickers für 4 euro 50 sind acht tütchen macht 30 cent ersparnis gegenüber den einzelpreis und da schauen wir jetzt mal rein ob da vielleicht interessantere karten drin sind oder auch nicht weil 30 cent wirklich sparen naja oder eben ich glaube fünf sticker sind glaube ich im tütchen drin man hat dann zweieinhalb sticker umsonst aber nichtsdestotrotz wenn wir jetzt die sticker tütchen alle mal öffnen und ihr wisst ja bei mir wenn du die spieler länger genießen wollt oder die vereinslogo oder 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 immer wieder auf pause drücken weil jeder von euch da draußen hat einen anderen favoriten oder ist fan von einen anderen fußballverein aber nichts zu trotz ist das eine mit der besten aber deswegen lasse ich das bevor ich da schlechte kommentare kriege bekomme ich sowieso wie ihr seht die vereinslogo sind immer ein gold gehalten hier oben eine gute mannschaft die vereinsmannschaft wie ihr seht ist immer ein puzzle karte immer zwei stück sind ziemlich groß und wo ihr natürlich so ein multi pack günstig und bequem bestellen könnt werde ich natürlich immer unter ein video verlinken aber das wissen ja schon alle von euch muss sagen das dicke album ist echt interessant gemacht mit den großen kleinen und die ganz klein motive was ihr davon haltet könnt ihr mir natürlich auch gerne posten ihr wisst ja ich lese die kommentare gerne durch auch wenn ich sie nicht immer sofort darauf antworte haben wir schon wieder eine goldene das ist meine interessante kanada 2015 oder was ihr überhaupt von der sticker album haltet vielleicht sind ja einige von euch dabei die es schon voll haben alles ruhig gerne posten und ihr wisst ja wenn ihr die karten länger genießen wollt pause pause und nochmals pause wie ihr schon merkt wird das ein längeres video aber bei acht tütchen 40 stickers lässt sich das natürlich nicht vermeiden ah die frisur die ist aber auch schon ein paar tage aus dem aus der jahre wieder eine goldene ja und gleich eine wie ich finde den besten verein das ist die nummer 509 falls jemand interessiert dann habe ich jeden was gesehen ach nee war doch nicht die nummer eins hätte ja sein können vergesst nicht immer wieder pause 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 wenn ihr mehr von den verein oder und wieder eine goldene hat doch ein paar goldene in seinem multipack drinnen england zum beispiel die mannschaftsaufstellung auch nicht schlecht vielleicht lohnt sich das doch so ein multipack ab und zu mal zu holen weil wie ihr seht sind ziemlich viele puzzle teile drinnen die braucht man ja und bis jetzt noch keine doppelten kommen nun zum achten und letzten tütchen aus dem multipack und wieder eine goldene also zwei kleine goldene ich glaube ich werde mir ab und zu noch ein multipack holen sind keine doppelten drinnen viele puzzle teile die man ja braucht also da wie ihr seht nur puzzle teile wo ihr so ein multipack bequem und sicher bestellen könnt werde ich immer unter dem video verlinken ich werde mir auf jeden fall noch eins oder zwei gönnen und ich hoffe ich konnte euch zeigen was in unserem multipack steckt und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu dazu